Wie wäre es, einen erhöhten Blutzucker etwas zu senken, den Muskel besser mit Energie zu versorgen und dabei auch noch lecker zu essen? Das geht und zwar mit den richtigen Gewürzen. Ohne Gewürze wäre unser Essen wirklich langweilig. Aber Gewürze sind viel mehr als nur ein Geschmacksmittel. Sie enthalten eine Menge chemischer Stoffe, die sich auch positiv auf den Körper auswirken können. Mein Name ist Dr. Brie, ich bin Ernährungsmediziner und Sportmediziner. Und in diesem Video werdet ihr als erstes sehen, wie sich Gewürze auf den Zuckerstoffwechsel auswirken können. Und dann stelle ich eine Reihe von Gewürzen vor, die dabei helfen können, dem Blutzucker etwas zu senken, indem sie die Insulinausschüttung und die Insulinwirkung verbessern. Warum sind manche Gewürze so gesund? Sie enthalten viele Polyphenole. Das sind Pflanzenstoffe, die in erster Linie gute Antioxidantien sind. Das heißt, sie schützen die Zellen vor Schädigung durch aggressive Sauerstoffverbindungen, den freien Radikalen. Freie Radikale entstehen im Körper durch Entzündungen, Strahlung, Schadstoffen und auch vieles mehr. Und Polyphenole machen diese aggressiven Stoffe wieder unschädlich. Und das ist quasi die allgemeine gesundheitsförderliche Wirkung der Polyphenole. Das alleine ist ja schon nicht schlecht, aber es kommt jetzt noch ein bisschen besser. Denn es gibt viele unterschiedliche Polyphenole und einige haben ganz spezielle Wirkungen, die noch über den reinen antioxidativen Zellschutz deutlich hinausgehen. Und in Bezug auf die Insulinresistenz jetzt möchte ich die vier wichtigsten von Gewürzen ausgehenden Wirkungen kurz erklären, damit das nächste Mal, wenn ihr euer Essen würzt, euer Gesundheitsgefühl noch ein bisschen besser ist. Wie wirken Gewürze jetzt? Es gibt hier vier Hauptmechanismen, die man über die Ernährung beeinflussen kann. Es beginnt jetzt erst mal im Dünndarm nach der Nahrungsaufnahme. Dort wird der Zucker eher ins Blut aufgenommen. Und wenn ihr zum Beispiel Brot, Kartoffeln oder Reis esst, dann nehmt ihr ja Stärke zu euch. Und diese Stärke, das sind Zuckerketten. Und die werden von speziellen Enzymen aufgestalten und dann erst in den Dünndarm aufgenommen. Manche Gewürze bremsen jetzt diesen Vorgang der Aufspaltung von Zucker und deswegen gelangt der nicht so schnell ins Blut. Und das senkt den Insulinspiegel und bessert den Stoffwechsel. Von der Aufnahme im Dünndarm geht es jetzt in die Leber. Die Leber zieht Zucker aus dem Blut heraus und lagert ihn in Form von Leberzucker ein oder wandelt ihn in Fett um. Die Leber enthält einen recht großen Zuckerspeicher und deswegen schmeckt Leber auch süß. Und die Leber kann aus diesem Zuckerdepot normalerweise auch ständig Zucker wieder freisetzen. Und dadurch hält die Leber den Blutzucker stabil, wenn man nichts isst. Wenn die Leber aber insulinresistent ist, setzt sie den Zucker unkontrolliert frei, auch wenn der Blutzucker schon hoch ist. Durch die Gewürzwirkung wird genau das gebremst. Der Zucker bleibt in der Leber und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel. Das Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse produziert. Und wenn die Bauchspeicheldrüse übermäßig viel davon produzieren muss, weil der Blutzucker ständig so hoch ist, dann wird sie irgendwann überlastet. Und in den Zellen bilden sich dadurch zunehmend schädigende Freiradikale. Und wenn jetzt diese Bauchspeicheldrüsenzellen dann irgendwann kaputt sind, wird nicht mehr genug Insulin hergestellt. Und spätestens dann muss man Insulin selber spritzen. Dann hat man einen insulinpflichtigen Diabetes. Die Polyphenole sind aber wie erwähnt antioxidativ und einige scheinen ihre Wirkung besonders in der Bauchspeicheldrüse zu entfalten. Dadurch wird diese dann besonders vor Schäden geschützt. Die Hauptwirkung des Insulins ist aber an der Muskelzelle. Und Insulin wirkt an der Muskelzelle über einen Rezeptor, an den es bindet. Und das setzt dann einen Mechanismus in Gang, der dazu führt, dass ein Kanal in die Muskelwand eingebaut wird, über den der Zucker in die Zelle reinfließen kann. Der Zucker fließt vom Blut in die Muskelzelle und der Blutzucker sinkt. Manche Gewürze können genau diesen Vorgang unterstützen. Fangen wir an mit dem Zimt. Zimt steigert die Insulinempfindlichkeit, die Insulinsensitivität gleich auf drei unterschiedliche Arten. Es steigert die Menge der Insulinrezeptoren auf der Muskelzelle. Und so findet das Insulin mehr Möglichkeiten, auf die Zelle einzuwirken. Zimt erhöht aber auch die Zahl der Zuckerkanäle in der Zelle. Dadurch kann dann einfach mehr Zucker in die Muskelzelle einströmen. Und schließlich ist Zimt anti-entzündlich. Es schützt die Bauchspeicheldrüse, aber auch die Muskelzelle selber. Und die gesunde Muskelzelle ist eben nicht mehr so insulinresistent wie eine erkrankte Muskelzelle. Es gibt unterschiedliche Zimtsorten. Die bekanntesten sind der Ceylon-Zimt aus Sri Lanka und der Cassia-Zimt aus China. Der Cassia-Zimt scheint eine stärkere Wirkung auf den Blutzucker zu haben. Aber hier sollte man wirklich aufpassen. Er enthält Kumarin. Und das ist dosisabhängig leberschädigend. Und nur weil etwas natürlich vorkommt, heißt es eben noch lange nicht, dass es harmlos ist. Was es jetzt mit Dosierungen bei Gewürzen auf sich hat, dazu gehe ich später nochmal kurz drauf ein. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, sollte man den Ceylon-Zimt wählen. Zimt schmeckt einfach gut und ist in der Küche sehr vielseitig einzusetzen. Man kann Hackfleisch damit verfeinern, indische Körigs kochen und er passt fantastisch zu Joghurt und Magerquark. Und natürlich Haferflocken nicht zu vergessen. Und auch ein Proteinshake mit Banane und Zimt schmeckt einfach großartig. Es sollte also kein Problem sein, den Zimt jetzt in den Alltag sinnvoll einzubauen. Und wenn ihr selber Rezepte und Ideen habt, schreibt es nochmal bitte in die Kommentare rein. Das zweite Gewürz, was ich vorstellen möchte, ist der Ingwer. Ingwer hemmt im Darm Enzyme der Zuckerverdauung. Und dadurch gelangt weniger Zucker in die Blutbahn. Der Dünndarm ist aber lang. Mit der Zeit wird die Stärke also schon noch verdaut, aber eben langsamer. Und genau das ist der Punkt. Denn der Zucker und der Insulinanstieg sind dann nicht so drastisch. Ingwer scheint außerdem die Aufnahme von Zucker in die Muskelzellen zu fördern und dadurch auch den Blutzucker ein bisschen zu senken. Ingwer hat einen großen Stellenwert in der indischen und auch in der japanischen Küche. Und gerade die indische Küche jetzt zeichnet sich ja durch die reichhaltige Verwendung von vielen Gewürzen aus. Ingwer findet sich in vielen Currygerichten. Als ganz einfache Methode kann man natürlich auch einfach einen Ingwer-Tee trinken. Bis auf mögliche Magenreizungen bei empfindlichen Mägen ist Ingwer in der Regel ziemlich gut verträglich. In hohen Dosierungen kann Ingwer aber das Blutungsrisiko erhöhen. Kommen wir zum Kurkuma. Kurkuma scheint die Insulinausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse etwas zu verbessern. Und vermutlich fördert es auch die Aufnahme von Zucker in den Muskel. Und wie auch schon beim Ingwer scheint es die Enzyme im Darm zu verlangsamen, die die Stärke aufspalten. Das braucht also länger, um verdaut zu werden. In hohen Dosierungen kann es zu Leverschäden führen. Insbesondere wenn man Piperin mit reinmacht, also Pfeffer. Auch hier sehe ich es so wie beim Ingwer. Kurkuma ist ein Gewürz, mit dem man tolle Curries zubereiten kann. Geschmacklich ist Kurkuma für sich alleine ja eher so ein bisschen fad. Es entfaltet seine Wirkung in Bezug auf den Geschmack, aber in Kombination mit Fett und dann mit anderen Gewürzen. Also ein Curry zum Beispiel. Und natürlich die intensive Farbe ins Auge ist ja auch mit. Jetzt kommen wir zum Kreuzkümmel. Kreuzkümmel scheint die Bauchspeicheldrüsenzellen vor Schäden zu schützen und die Insulinausschüttung zu verbessern. Außerdem scheint Kreuzkümmel in der Leber dazu zu führen, dass der Zucker besser aus dem Blut aufgenommen wird. Und dadurch dann eben etwas die Blutspiegel sinken. Auch hier sind Leberschäden möglich, wenn man es übertreibt. Kreuzkümmel macht häufig den charakteristischen Geschmack von Gerichten aus dem Nahen Osten und Indien aus, findet sich aber auch zum Beispiel in der mexikanischen und in der nordafrikanischen Küche. Und auch hier, wenn ihr ein paar gute Rezepte für mich habt, freue ich mich über eure Posts. Und jetzt landen wir auch noch bei der Zwiebel. Die Zwiebel ist zwar kein Gewürz, aber wenn wir schon bei den Gewürzen und in der Küche sind, die Zwiebel gibt vielen Gerichten erst überhaupt ihren Geschmack. Im Grunde würzen wir quasi mit der Zwiebel. Die in der Zwiebel enthaltenen Polyphenole könnten dazu führen, dass weniger Zucker aus dem Darm aufgenommen wird. Und auch wird eine Wirkung auf die Muskelzelle selber vermutet. Der Zucker kann leichter in die Zelle einströmen. Sind euch in meiner Beschreibung der Gewürzwirkung zwei Sachen aufgefallen? Erstens, ich habe mögliche Nebenwirkungen beim übermäßigen Verzehr der Gewürze erwähnt. Und immer wieder versucht eure Aufmerksamkeit in die Küche zu ziehen. Warum? Weil das Internet voll ist mit den Segensversprechungen von der Einnahme großer Gewürzmengen. Und in diesen sind eben auch große Mengen an Wirksubstanz erhalten, klar. Und da kommen wir aber dann zu der Frage, ist das dann noch ein Gewürz? Nein, denn ihr nutzt das jetzt hier als Medikament, als pflanzliches Medikament. Ihr wollt dann eine therapeutische Dosis haben. Und ab einer gewissen Dosis kann es bei allen Substanzen und eben auch ganz besonders bei einigen Gewürzen zu Nebenwirkungen kommen. Ganz wichtig, bezieht eure Gewürze aus einer Quelle, der ihr auch vertrauen könnt. Bei Kurkuma zum Beispiel konnten bei einigen Produkten Verunreinigungen durch Blei, Mineralöl und Pestiziden nachgewiesen werden. Die Gewürze müssen von guter Qualität sein. Ansonsten können sie im schlimmsten Fall mehr schaden als nutzen. Und gerade wer solche Gewürze in unnatürlich hohen Mengen zu sich nehmen möchte, könnte dann entsprechende Grenzwerte überschreiten und allgemeine Nebenwirkungen nicht nur riskieren, sondern auch noch toxische Substanzen zu sich nehmen. Ich bin daher ganz klar dafür, Gewürze in der Küche zu verwenden und nicht therapeutisch als Medikament. Zweitens, ich habe immer wieder Distanzworte benutzt wie es scheint, dass es könnte und so weiter. Ernährungsstudien geben selten eine wirkliche Gewissheit, eher eine Richtung. Aber diese Richtung ist natürlich wichtig. Die meisten Studien erfolgten in der Zellkultur oder an Ratten und Mäusen. Und wenn dann eine Studie an Menschen durchgeführt wurde, dann meist mit nur wenig Studienteilnehmern und einer niedrigen Durchschlagskraft. Ich weiß, ihr sucht nach klaren Ansagen, aber die einzig klare Ansage ist, dass es keine einzelne, einfache Lösung für ein komplexes, metabolisches Problem gibt wie die Insulinresistenz. So, und jetzt ist die Laune sicher am Tiefpunkt, wenn ihr noch dran seid. Warum also jetzt das Video? Gewürze sind ein ganz kleiner Puzzlestein, den man nutzen kann, um metabolisch wieder gesünder zu werden. Und ja, wahrscheinlich wird die regelmäßige, maßvolle und vernünftige Nutzung von Gewürzen eine positive Auswirkung auf die Insulinresistenz und die Gesundheit an sich haben. Zimt, Kurkuma, Kreuzkümmel, Ingwer und Zwiebeln sollte man ganz einfach natürlich in den Speiseplan aufnehmen und eben selber die Nahrung zubereiten. Und macht euch beim Kochen einfach bewusst, dass eure Gewürze kleine Polyphenolbomben sind. In normaler Dosierung werden sie einen geringen positiven Effekt auf eure Gesundheit haben. Aber so wie eine Faust aus fünf Fingern besteht, wenn ihr andere Effekte kombiniert, dann bekommt ihr mehr Schlagkraft. Frische und gesunde Zutaten benutzen, selber kochen oder in Restaurants gehen, die gesund kochen. Und natürlich die Themen Stress, Schlaf und Bewegung angehen. Dann klappt es auch mit dem Metabolismus und hoffentlich auch mit der Insulinresistenz. Viel Erfolg in der Küche und bis zum nächsten Mal.